Und? Wie läuft's im Bett? Kriegt er noch einen hoch? Ich möchte gerne mal wissen, woher du diese Boshaftigkeit hast. Wieso? Ich denke, du willst ein Kind von dem. Wer will ein Kind von wem? Bitte, ich will das hier nicht in aller Öffentlichkeit. Meine Schwester hört ihre biologische Uhr ticken. Das war bei mir auch so, aber es geht wieder vorbei. Ihr Typ ist Oberstaatsanwalt, so totaler Workaholic. Ach komm, kriegt er überhaupt noch einen hoch? Vertraut. Sehr innig. Nach dem Tod meines ersten Mannes standen wir ja buchstäblich alleine da. Natürlich hing Maike danach umso mehr an mir. Naja, Kinder können solchen Lebens... Es tut mir total leid, Thomas. Es ist einfach... Mir wird das gerade erst so klar. Es ist ja... Es ist scheiße von mir, ich weiß. Ich kann nicht nach München jetzt...